Es war ein Paukenschlag. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Also nicht nur Merkel ist weg und die Sozialisten kommen, nein, auch der letzte Garant, der letzte Kritiker der EZB in der Eurozone nimmt zu Ende des Jahres seinen Hut. Warum er zurücktritt, was die wahren Gründe sind, was das natürlich für unser Geld bedeutet, wie du dich darauf vorbereiten solltest und vor allem die wichtige Frage, wer wird sein Nachfolger? Und da habe ich leider keine gute Auswahl für euch. Es wird wahrscheinlich eher schlimmer, bevor es besser wird. Was das für die EZB und für die zukünftige Notenbankpolitik bedeutet, das erkläre ich euch heute in einem neuen, spannenden Video zu unserem Geld. Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Bevor wir beginnen, möchte ich erst mal euch 200.000 Mal Danke sagen. Wir haben es geschafft, mit einem Kanal über Finanzen 200.000 Abonnenten zu gewinnen. Ich bin wirklich unendlich dankbar und demütig und freue mich auf die weitere Reise mit euch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte empfehlt mich weiter. Teilt die Videos, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und sagt euren Freunden, hey, ihr müsst den Marc unbedingt abonnieren. Nur so könnt ihr finanzielle Intelligenz erreichen. Gemeinsam haben wir jetzt schon eine spannende Reise hinter uns. Wer frühzeitig auf mein Rat gehört hat und in Bitcoin eingestiegen ist oder Ethereum oder in Uranaktien, in Rohstoffaktien und so weiter, der kann natürlich auf eine satte Rendite zurückblicken. Und die Reise hat ja gerade erst begonnen, denn wir sind ja jetzt vor der größten Chance aller Zeiten. Kleiner Hinweis, das ist auch der Titel für mein sechstes Buch. Den könnt ihr natürlich nach wie vor bestellen mit Widmung für Weihnachten, zur Beschneidung oder natürlich auch zur Konfirmation. Einfach unter mark-friedrich.de. Ich schreibe euch gerne was Persönliches rein und natürlich mit Signatur. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, empfehlt den Kanal weiter. Und ganz wichtig, klar, manche Fragen immer wieder, kann man dich auch finanziell unterstützen? Gerne unten unter der Beschreibung findet ihr Möglichkeiten, wie ihr per Paypal oder natürlich gerne per Bitcoin uns hier unterstützen könnt mit einem kleinen Geschenk. Doch weiter im Text. Jens Weidmann, der Schwabe aus dem Murthal, aus Backnang, nicht weit weg von meinem Heimatort, ist seit über zehn Jahren Bundesbankpräsident. Er war immer ein scharfer Kritiker der laxen Notenbankpolitik der EZB und hat nun angekündigt, zum Ende diesen Jahres seinen Hut zu nehmen. Und das, obwohl er 2019 nochmals für acht weitere Amtsjahre bestätigt wurde. Genannt hat er persönliche Gründe, doch Nachtigall, ich höre dir trapsen, daran glaubt ja wohl keiner. Und sein Rücktritt kommt nicht nur für viele plötzlich und völlig unerwartet und völlig überraschend, sondern er ist auch ein Signal natürlich an die EZB und hat in seiner Abschiedsrede auch dann doch nochmal nachgetreten und die Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank in Frankfurt scharf kritisiert. Dieses Gegengewicht zur lockeren Notenbankpolitik, aber jetzt auch zu der neuen Ampelkoalition wird uns natürlich fehlen, weil die Ampelkoalition, die hat ja jetzt Ideen vorgeschlagen, wo jeder sich fragen sollte, wie soll das eigentlich finanziert werden? Da wird viel Geld rausgehauen, aber wo es reinkommt, das ist eine große Frage. Vielleicht sollen in Zukunft auch die Druckerpressen der EZB und der Bundesbank mit Windenergie betrieben werden. Naja gut, dann sind sie wenigstens auch irgendwann mal sozusagen aus, weil wenn kein Wind wird, dann werden auch die Druckerpressen nicht weiter Geld ins System pumpen. Aber Spaß beiseite. Schauen wir uns erstmal die Institution der Bundesbank an. Die Deutsche Bundesbank entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und man hatte aus den fatalen Entwicklungen während der Weimarer Republik, während der Hyperinflation und natürlich auch durch die Reichsbank generell gelernt und wollte genau ein Gegengewicht schaffen, ein souveränes, stabiles und natürlich seriöses Institut, auf das sich der Mensch verlassen kann und der den Geldwert natürlich stabilisiert und im Fokus hat. Und so war es dann auch. Weltweit war die Deutsche Bundesbank anerkannt und respektiert. Wir wurden um sie beneidet, vor allem weil sie die stärkste Fiat-Währung in der Neuzeit, in dem letzten Jahrhundert hatte, nämlich die D-Mark. Die D-Mark wurde eigentlich de facto immer stärker. Sie war die stärkste Währung unter den Schwachwährungen. Und viele Länder haben uns für sie beneidet. Oftmals war die D-Mark auch wirklich die Parallelwährung in vielen Ländern, in der die eigene Währung immer weiter entwertet wurde durch die Inflation. Zum Beispiel in Jugoslawien konnte man mit D-Mark alles kaufen. Die D-Mark war ein gern gesehener Gast in jedem Portemonnaie, egal wo sie auf der Welt unterwegs war. Wurde das Währungsexperiment um den Euro als Preis für die Wiedervereinigung, vor allem auf Druck von Frankreich, aufgegeben. Man hat die Souveränität aufgegeben und sich untergliedert unter der EZB. Also erst kommt die EZB, dann die Bundesbank. Wir halten den größten Teil an der EZB mit 27 Prozent. Das heißt, wir haften aber auch dafür. Was die wenigsten wissen, ist natürlich diese Haftungsklausel. Wenn andere Länder rausfallen, dann hat man ein kleines Problem, weil dann müssen die, die übrig bleiben, den Anteil derjenigen, die rausgefallen sind, die ausgeschert sind, aus dem Eurosystem übernehmen. Und wir sind da die Nummer eins. Parallel darf man auch nicht vergessen, dass in dem Rat der Länder, der Mitgliedsländer, jedes Land, egal wie groß oder klein, eine Stimme hat. Das heißt, Deutschland mit der größten Haftungssumme, mit 27 Prozent an der EZB, hat genauso eine Stimme wie Malta oder Zypern. Ja, ihr hört richtig. Ein krankes, ein schizophrenes System. Also ist ja klar, dass der Süden, der jetzt den Euro dominiert mit ihren Stimmen, den Euro immer schwächer machen wollen. Und natürlich die Schuldenlast erhöht auf Kosten des Nordens, vor allem von uns Deutschen. Aus dem Grund ist natürlich das Eurosystem ein einmaliges Währungsexperiment, die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit und wird uns teuer zu stehen kommen, wird uns natürlich viel Wohlstand kosten. Ja, und in diesem Zins- und Währungskurs seit der EZB hat die Bundesbank jegliche Souveränität, jegliche Unabhängigkeit, auch Integrität leider verloren und aufgeben müssen. Ganz klar mitgegangen, mitgefangen. Und jetzt haften wir für dieses Experiment, das jetzt schon 8,33 Billionen Euro schwer ist oder knapp 80 Prozent des BIP der Eurozone. Tage zwei als Hinweis zum Beispiel, aber natürlich die ausufernde Bilanz der Notenbank, wie gerade schon erwähnt, mit über 8,3 Billionen Euro. Und kleiner Hinweis, kleiner Spoiler, wie in meinem aktuellen Buch ja beschrieben, sind bisher alle Währungsunionen immer ausnahmslos gescheitert, weil es natürlich Irrsinn ist, unterschiedlich starke Volkswirtschaften in ein Zins- und Währungskorsett zu betten. Wenn man zum Beispiel anschaut, Griechenland mit einer relativ schwachen Volkswirtschaft und Deutschland oder Österreich, die bräuchten komplett andere Zinssätze. Das sehen wir auch in den USA, weil oftmals kommt dann die Kritik, ja, aber in den USA funktioniert doch die Währungsunion. Hey, ja klar, aber man kann hier auch Äpfel und Birnen vergleichen. Erstens gibt es regionale Notenbanken. FED sozusagen, ja, die amerikanische Notenbank FED hat in ihren Distrikten unterschiedliche Notenbankabteilungen, die dann passend den Zins für die Region bestimmen und nicht nur den einen sozusagen zentralistischen, sozialistischen, planwirtschaftlichen Kurs der EZB oder in Washington von Washington von der FED fährt oder der EZB in Frankfurt fährt. Das ist im Zinskurs der EZB eben nicht möglich. Da gilt von Portugal bis nach Deutschland eben dieser eine Zins und basta. Und dass das nicht funktioniert, erleben wir seit Jahren. Deswegen ist ja der Euro im Dauerkrisenmodus. Kommen wir aus dieser endlosen Gelddruckerei und diesem historisch tiefen Zins gar nicht mehr raus. Ich möchte daran erinnern, seit 2016 werden wir alle schleichend enteignet. Und jetzt knabbert auch noch die Inflation mit über 4% an unserer Kaufkraft. Das Desaster ist de facto eigentlich vorprogrammiert. Hier mal die Inflation seit Einführung des Euros. Auch das ist ein Chart aus meinem aktuellen Bestseller, die größte Chance aller Zeiten. Wer das Buch gelesen hat, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr bei Amazon oder auch bei anderen Plattformen eine positive Rezension hinterlasst und wenn ihr das Buch natürlich weiterempfehlt. Und hier sieht man ganz deutlich, die offizielle Inflation, bestätigt wird das Statistische Bundesamt, ist seit Einführung des Euros bei 28,2%. Das heißt, fast 30% haben wir seitdem an Kaufkraft verloren. Wir alle wissen aber, dass natürlich die gefühlte Inflation, die wahre Inflation eine ganz andere, eine viel höhere ist. Da habe ich mir auch die Mühe gemacht im Buch, nämlich mit der Formel Geldmengenwachstum M3. Das umfasst alle Geldmengen, also M0, M1, M2. Geldmengenwachstum M3 minus Wirtschaftswachstum. Und siehe da, da haben wir seit Einführung des Euros schon einen Wertverlust, einen Kaufkraftverlust von 87,53%. Und das kommt der Realität schon ein bisschen näher, weil wir wissen ja, Immobilienmärkte explodiert. Wer kann sich noch Wohnraum leisten in irgendeiner großen deutschen Stadt oder auch in einer mittelgroßen deutschen Stadt, auch auf dem Land sind die Preise explodiert, Aktienmärkte explodiert, Oldtimer, Rolex, Uhren, Bitcoin. All das spricht für die Inflationierung des Geldsystems. Das heißt, derjenige, der nichts macht, der Geld auf dem Konto lässt, wird immer weiter schleichend enteignet. Oder wer Geld in der Lebensversicherung, Riester und so weiter hat. Übrigens, zu Lebensversicherungen und so weiter, habe ich natürlich auch ein Video gemacht, das findet ihr hier und auch zu anderen Anlagen. Schaut einfach mal in die Playlist, da findet jeder was, um seine finanzielle Intelligenz weiter voranzubringen und natürlich sich auch perfekt vorzubereiten, um sich jetzt so aufzustellen, dass er in Zukunft nicht in die Röhre schaut und Geld verliert. Und der perfekte Indikator, um den wahren Kaufkraftverlust aufzuzeigen, ist natürlich der Goldpreis. Der Goldpreis ist ein Wertanker, ein Wertspeicher, seit 5000 Jahren renommiert. Und jede Notenbank der Welt, selbst die Deutsche Bundesbank, hat ihn heute noch in petto, im safe, weil Gold ist Geld. Alles andere ist nur eine Währung, ist nur ein Kredit. Und Gold, genauso wie Bitcoin, ist auch eigentlich Geld, weil auch da ist keine Gegenpartei, die pleite gehen kann. Ist er der ultimative Wertspeicher, die absolute Lebensversicherung für eure Kaufkraft? Auch dazu habe ich viele Videos gemacht. Einfach mal schauen, was ich alles zu Gold, Silber, zu Edelmetallen gemacht habe, zu den Geldmetallen. Und auch da sollte jeder jetzt noch, vor allem solange man es noch anonym erwerben kann, ein Standbein als Vermögenssicherung haben. Das wird essentiell sein in Zukunft, weil wenn die Notenbanken weiter unlimitiert Geld drucken, die Staaten unlimitiert Schulden machen, braucht ihr natürlich eine Lebensversicherung, die durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert sind, wie eben Gold. Ja, und die Deutsche Bundesbank ist der zweitgrößte Besitzer von Gold. 3.600 Tonnen Gold hat die Deutsche Bundesbank. Warum? Entweder traut sie dem jetzigen Geldsystem nicht oder ihrem eigenen Geld nicht, dem Euro, oder sie erwartet Inflation, oder sie weiß einfach, dass Papierwährungen immer in der Vergangenheit gescheitert sind. Also macht euch euren eigenen Reim draus. Aber Fakt ist, 3.600 Tonnen hat die Deutsche Bundesbank. Und das, obwohl wir seit 1971 kein gedecktes Geldsystem mehr haben. Also kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben. 1971 wurde der Goldschneider durch Richard Nixon, dem damaligen US-Präsidenten, aufgehoben. Und seitdem haben wir ein Fiat-Geldsystem. Auch dazu habe ich ein tolles Video gemacht. Unbedingt anschauen, weil wenn ihr versteht, wie die Girard-Geldschöpfung funktioniert, dann könnt ihr euch wehren. Dann wisst ihr auch, was hier im Staat der Dänemark, Deutschland weltweit eigentlich falsch läuft. Ja, und hätte man im Jahr der Einführung des Euros 2001 Gold gekauft, hätte man seinen Einsatz fast verfünffacht. Weil gegenüber Gold hat der Euro 91% an Kaufkraft verloren. Holla die Waldfee. Also ihr seht einfach, um eure Kaufkraft zu schützen vor Inflation, was nichts anderes bedeutet wie Kaufkraftverlust, wäre man in Gold besser aufgestellt gewesen. Und die Reise wird natürlich weitergehen. Aber kommen wir zurück zu Jens Weidmann. Wofür stand er eigentlich? Diese Aussage von Mario Draghi hat ihm wahrscheinlich die eine oder andere schlaflose Nacht bereitet. Und nicht nur ihm, sondern auch mir. Deswegen habe ich graue Haare. Und das mit 26. Ja, und aus diesem Grund war wahrscheinlich Jens Weidmann, genauso wie sein Vorgänger Axel Weber, einer der wenigen Kritiker der EZB-Politik. Weil sie vielleicht auch die Geschichtsbücher kannten. Weil sie wussten, noch nie wurde Wohlstand durch Gelddrucken erzeugt. Noch nie wurden Krisen durch die Druckerpresse gelöst. Nein, sie wurden immer nur in die Zukunft verschoben, wo sich dann aber die Probleme immer weiter aufgetürmt haben. Und vielleicht war das auch der wahre Grund, warum Jens Weidmann jetzt seinen Hut genommen hat. Jens Weidmann hat immer wieder gegen die lockere Notenbankpolitik von Draghi, dem Italiener und der Französin Lagarde gepoltert. Aber natürlich, Worte sind Schall und Rauch. Er hat damit wenig, wirklich wenig bewirkt, weil die Bundesbank hat einfach ihre Souveränität komplett aufgegeben und ist jetzt nur noch ein devotes Vehikel der EZB-Planwirtschaft. Harte Worte, aber so ist es. Was kann denn ein Herr Weidmann schon ausrichten? Er hatte genauso eine Stimme wie Zypern, Italien oder auch Malta. Und schon 2011, bei der Euro-Krise, hat er sich gegen den Aufkauf der Staatsanleihen durch die EZB ausgesprochen gebracht, hat es gar nichts. Das Portfolio der EZB ist immer weiter angewachsen. Von den am Anfang 30 Prozent, die man maximal besitzen durfte, von zum Beispiel italienischen Staatsanleihen, hat die EZB in der Zwischenzeit 50 Prozent. Also ein Vertragsbruch nach dem anderen. Also am laufenden Band werden hier die verfassungsgebenden Gesetze gebrochen, um das System am Leben zu erhalten, weil man einfach keine andere Lösung hat. Auch warnte er schon im Februar 2012 vor den geopolitischen Risiken durch das Target-2-System. Auch da sind wir Spitzenreiter im Eurosystem. 1,15 Billionen Euro haben wir jetzt innerhalb des Euro-Bankensystems an andere Notenbanken verliehen, in der Hoffnung, dass sie die uns zurückzahlen. Wer daran glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Und damit kann man dieses Geld schon mal abschreiben. Tragik hat damals alle beruhigt und hat gesagt, hey, diese Target-Zeiten werden natürlich nur fällig, falls ein Land aus dem Eurosystem austreten sollte. Für mich nur eine Frage der Zeit. Und dann im September 2012 votierte Jens Weidmann als einziger im EZB-Rat, gegen den Beschluss der EZB unter bestimmten Bedingungen unbegrenzt Anleihen von Mitgliedsländern zu kaufen. Ja, als einziger, da kann man sich tatsächlich fragen, was machen eigentlich die anderen Notenbänker von den Landesnotenbanken beruflich. Und vielleicht ist auch Weidmann der einzige Notenbänker, der eins in eins zusammenzählen kann. Und er weiß, dass dieses ständige Gelddrucken, dass die Ausweitung der Geldmenge eben nicht nachhaltig ist. Und deswegen hat er auch immer wieder davor gewarnt. Weil er vielleicht wusste, steigende Geldmenge bedeutet irgendwann auch mal eine Inflationsgefahr. Und jetzt ist sie da. Und merkt ihr was? Wer hat es euch gesagt? Genau hier, dieser Kanal, die finanzielle Intelligenz. Oder auch in meinen Büchern natürlich. Jens Weidmann trat auch immer ein für die Trennung von Geld und Fiskalpolitik. Aber genau das haben wir jetzt. Jetzt geht die Fiskalpolitik Hand in Hand mit der Notenbankpolitik. Und die beiden haben ein unendliches Horn an Geld, das immer weiter rausgehauen wird, um das ganze Geldkarussell am Laufen zu halten. Auch mahnte er davor, dass durch eine zügellose Geldpolitik der EZB die Seriosität, das Vertrauen der Menschen erodiert wird. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Aus dem Grund sehen wir ja Menschen, die Geld aus dem System rausnehmen und lieber in andere Werte investieren. Ob Betongold oder Bitcoin, egal. Aber das Vertrauen ist massiv unter die Räder gekommen. Auch weil natürlich seit Jahren die Maastrichter Verträge mit Füßen getreten werden. Aber auch natürlich die EZB immer weiter ihr Mandat ausweitet. Und durch die Inflation, durch den Nullzins, werden natürlich wir alle schleichend enteignet. Die finanzielle Repression gegen den Bürger geht weiter munter voran. Die Politik, die mag das, weil sie kann sich natürlich ihre Schulden schön rechnen durch die Inflation. Da werden wir sozusagen herangezogen, um die Inflation zu bezahlen. Und der Staat kann sich auf unsere Kosten entschulden. Altersarmut, demografische Bombe, kein Thema. Das verschieben wir auf die nächste Wahl. Ja, und all diese Warnungen, die dann nicht gehört worden sind, die ignoriert worden sind, ist die Inflation jetzt da. Ich habe in meinem sechsten Buch ein ganzes Kapitel zur Inflation geschrieben. Da war noch keine Inflation in weiter Sicht. Damals hatten wir noch Deflation. Und ich habe geschrieben, die Inflation kommt. Und sie wird auch bleiben. Und jetzt ist sie da. Und sie wird auch bleiben. Und hier sehen wir die Zahlen. 4,1 Prozent im September. Holla, die Waldfee. Das heißt, jeder, der 10.000 Euro auf dem Konto liegen hatte oder unter der Matratze oder im Schließfach, hat 400 Euro verloren. Und wenn wir die wahre Inflation heranziehen, dann waren es wahrscheinlich eher 1.000 Euro. Friedrich von Hayek hat mal völlig richtig gesagt, dass ein wenig Inflation immer zu mehr Inflation führt. Und irgendwann dann zum Desaster. Am Wochenende hat zum Beispiel der Gründer von Twitter, Jack Dorsey, getwittert, die Hyperinflation kommt bald. Zuerst in den USA und dann weltweit. Ja klar, der hat auch vollkommen recht eigentlich. Wenn man nämlich zum Beispiel sich Bitcoin anschaut, gegenüber Bitcoin sind alle Papierwährungen, alle Fiat-Betrugssysteme, egal ob Euro, Franken oder Dollar, eigentlich schon längst im Hyperinflationsmodus. Und denkt daran, es geht immer schnell. Die Frage ist natürlich halt, in welcher Währung ihr rechnet. Wenn ihr jetzt praktisch gegen andere Währungen rechnet, dann ist die Inflation nicht ganz so schlimm. Gegen Gold wird es schon schlimmer. Gegen Bitcoin, gegen Oldtimer, gegen Immobilien. Holla. Und die Politik will uns tatsächlich weismachen, dass die Inflation kontrollierbar ist. Egal, ob es die Frau Jellen ist aus den USA oder Frau Lagarde oder Marcel Fratscher, die sagen, das ist eine temporäre oder es ist gute Inflation, weil die ist grün und unterstützt den Klimawandel und so weiter. Aber Pustekuchen, wir werden alle ärmer und es wird zu Umverteilungsprozessen führen. Es wird auch soziale Unruhen geben und vielleicht sogar Schlimmeres. Weil das sind immer die gleichen Kreisläufe, das sind immer die gleichen Zyklen, die es immer und immer wieder gibt. Aus dem Grund hat ja die EZB dann im Sommer, im Juli 2021, die Anpassung ihres Inflationsziel bekannt gegeben. Vorher galt die Inflationsrate unter oder nahe bei 2% und aktuell ist es nur moderat über dem Zielwert. Also in einem hochexplosiven Umfeld von steigender Inflationsrate, steigenden Schuldenständen, explodierenden Notenbankbilanzen kommt der Rücktritt von Jens Weidmann aus Backnang natürlich relativ ungünstig und hat dementsprechend auch für Aufruhr gesorgt. Und mit Weidmann geht einer der letzten Kritiker der EZB-Politik. Auch wenn er mit seinen Worten immer relativ wenig erreicht hatte, waren sie trotzdem wichtig, um den Menschen ins Bewusstsein zu rufen, was hier gerade passiert, welches Notenbank-Experiment wir hier gerade live erleben, für das wir aber alle gerade stehen. Jetzt aber, warum geht Jens Weidmann? Gesagt hatte er, es wären persönliche Gründe. Der gute Mann ist gerade mal 53 Jahre alt und hat jetzt erst 2019 eine achtjährige Verlängerung bekommen für den angesehensten Job in der Bankenwelt eigentlich. Ist es wirklich ein privater Grund? Ist er krank? Oder will er sich mehr auf Familie konzentrieren? Hat er vielleicht ein anderes, sehr lukratives Angebot bekommen? Wird er bald die Ernte einfahren und Bücher schreiben, Vorträge halten, die hochdotiert sind oder irgendwo im Aufsichtsrat bei irgendeiner Bank sitzen? Wir werden es sehen. Er lässt sich wahrscheinlich seinen wirklich guten und exklusiven Lebenslauf bestimmt vergolden. Laut unseren Insider-Informationen war der Rückzug von Jens Weidmann tatsächlich schon länger geplant. Und das muss jetzt wirklich von uns bleiben. Aber man hat so auf dem Flurfunk gehört, dass er natürlich schon seit Jahren mit diesen Gedanken gespielt hat, aber vor allem 2019 mit der Ernennung von Christine Lagarde überhaupt nicht zufrieden war, weil erstmalig keine Ökonomin oder kein Ökonom an die EZB-Spitze kam, sondern eine Juristin. Und er hatte die leise Hoffnung, vielleicht doch EZB-Präsident zu werden. Man hatte dann aber Lagarde bevorzugt und das war schon ein Schlag ins Gesicht. Dann kam aber Corona und dann wollte er natürlich nicht noch mehr Unsicherheit ins System bringen und hat dann erstmal die Füße stillgehalten. Aber jetzt war es dann doch genug. Apropos Lagarde. Warum ist sie so prädestiniert? Warum wurde sie auserwählt? Ganz einfach, weil sie natürlich wegen Geldwäsche vorbestraft war und damit ist man natürlich prädestiniert für so einen Job. Nein, auch hier wieder Spaß beiseite. Es ist einfach Politik. Es war von Macron gewollt. Wir haben von der Leyen losgehabt, als EU-Kommissionspräsidenten bekommen oder losgeworden, wie man es nennen möchte, welchen Blickwinkel man dazu hat. Und wir mussten dafür die andere Dame sozusagen ertragen als EZB-Präsidentin. Pest und Cholera. Wahrscheinlich hat sich jetzt einfach alles kumuliert. Erstens natürlich die Inflation. Er weiß, was kommt. Da steht er dann auf jeden Fall in den nächsten Jahren, egal wer Bundesbankpräsident wird, in der Schusslinie, wenn die Inflation, die Kaufkraft immer weiter an dem Vermögen der Bürger knabbert. Da wird man zum Public Enemy Number One. Zweitens natürlich, die Sozialisten sind in Berlin angekommen. Auch darauf hat ein konservatives Schwabe gar keinen Bock. Er weiß, dass natürlich die ganzen Wahlversprechen der SPD und der Grünen extrem viel Geld kosten werden und natürlich über Schulden finanziert werden und natürlich über weitere Programme der EZB vor allem. Also wir sehen schon da, da hatte er einfach keine Lust drauf, weil er wusste, wohin die Reise geht. Sozialismus hat noch nie funktioniert und das wird auch dieses Mal so sein. Und auch wenn Christian Lindner von der FDP natürlich uns weiterhin Beruhigungspillen zukommen lässt nach dem Motto, hey, die Schuldenbremse wird eingehalten werden und wir werden nicht irgendwie auf den Schuldenknopf drücken. Ich frage mich, wie soll dann der ganze Spaß finanziert werden, in dem man sich da ausgedacht hat? Und Robert Habeck, der ja mit Christian Lindner um den Finanzministerposten streitet, hat ganz klar gesagt, die Lösung, das größte Problem, das wir haben, der Klimawandel, den zu stoppen, nicht am Geld scheitern darf. Hm, hört genau hin. Dann kann man natürlich auch irgendwann, wenn man so einen großen Feind hat, sagen, ach, was interessiert mich das Geschwätz von gestern. Wir haben zwar gesagt, es gibt keine Vermögensabgabe, es gibt keine Steuererhöhung, aber jetzt müssen wir natürlich trotzdem das Klima sozusagen retten und dann müsst ihr alle den Gürtel eben enger schnallen. Ja, und die grüne Inflation ist ja schon gewollt. Hier auch schon mal der neue 1.000-Euro-Schein. Zudem weiß natürlich auch Weidmann, dass jetzt im Dezember wieder über das weitere Notaufkaufprogramm PEP, Pandemic Emergency Purchase-Purchase-Programm, das unter der Obhut von Isabel Schnabel ist, über die werden wir gleich noch sprechen, mit der ich gerne auch immer getwittert habe, beziehungsweise die mir gefolgt ist, jetzt wieder entfolgt ist, weil ich zu oft darauf hingewiesen habe, dass sie mir folgt. Das war dann doch wahrscheinlich peinlich. Anyway, da wird es im Dezember eine Entscheidung geben, ob dieses Programm weitergeführt wird, noch weiter erhöht wird. Man darf davon ausgehen, leider ja. Und da hat er wahrscheinlich auch keine Lust mehr gehabt, seinen Kopf dafür hinzuhalten. In seiner Abschiedsrede hat Weidmann auch ganz klar kritisiert, dass die EZB zu einseitig immer nur auf die Deflationsrisiken schaut und nicht auf die Inflationsrisiken, weil man die ja nur für temporär hält. Aber die Realität wird ihnen jetzt da auf jeden Fall einen Strich durch die Rechnung machen. Inflation wird in der nächsten Zeit der neue heiße Scheiß werden. Ich glaube tatsächlich, Jens Weidmann hat die Zeichen der Zeit erkannt. Steigende Inflation, steigende Schulden, die Grünen, die Sozialisten an der Macht, die noch mehr Schulden machen werden und natürlich weiterhin die EZB, die Vollgas gibt. Aus dem Grund verlässt er rechtzeitig, sinkendes Schiff und dahingehend wollte er wohl seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, weil er weiß, was ihm sonst drohen würde als Bundesbankpräsident. Jetzt aber die große Frage, wer kommt nach ihm? Wer ist sein adäquater Nachfolger? Wen wird die Politik sich aus dem Ärmel schütteln? Und auch hier leider wieder, wie bei der Bundestagswahl, Schrottwichteln ist angesagt. Wie wir unsere politisch korrekten, diversifizierten, neuen Minister und Regierungen vorstellen können, will man natürlich wahrscheinlich eine Quote durchsetzen, die Frauenquote. Bislang war es immer ein Mann, der Bundesbankpräsident wurde. Aber jetzt könnte sich das Blatt drehen. Schauen wir uns die erste Kandidatin an, die in den engeren Kreis kommt, die eventuell auf Jens Weidmann folgen könnte, nämlich die Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch. In Notenbankkreisen, aber auch in Politikerkreisen in Berlin hat man großen Zweifel, ob sie dieser Aufgabe tatsächlich gewachsen ist. Da frage ich mich natürlich als Steuerzahler, also Präsidentin kann sie nicht werden, aber Vizepräsidentin dafür reicht's. Heieieiei. Das Vertrauen in die Politik erodiert immer weiter. Sie ist ja relativ unscheinbar, hat aber gute Voraussetzungen, ist tatsächlich Volkswirtin, also Ökonomin und kennt sich wohl mit Geld ein wenig aus. Aber wird sie sich gegen das ständige Gelddrucken der EZB wehren können, gegen das Inflationsmonster der EZB? Das ist mehr als fraglich. Schauen wir zu meiner Favoritin Isabel Schnabel. Jetzige EZB-Direktorin, zuständig für das PEP-Programm. Auch der Name ist schon so sexy. Da hat man bestimmt viel Geld ausgegeben, um eine Marketingagentur anzuheuern, damit der Name auch wirklich sexy klingt und gut zu vertreten ist gegenüber der Öffentlichkeit. Bis heute hat sie jeglichen Interviewanfragen meinerseits ausgewichen, aus Zeitgründen, Corona, irgendwas war immer. Aber mit irgendwelchen zweitklassigen YouTube-Kanälen hat sie dann wirklich stundenlang perlabert, aber natürlich alles geskriptet und natürlich in einem sicheren Framing. Kritische Fragen werden lieber ignoriert. Auch dahin gehen nochmal natürlich an euch die Aufforderung. Schreibt ihr, schreibt der Bundesbank, dass die jetzt mit mir mal ein Interview machen sollen über Tage 2, die EZB-Bilanz oder wohin geht der Euro. Oder gerne auch über das PEP-Programm. Also, wenn ihr den Druck von unten im Kessel erhöht, dann werden sie vielleicht sich gezwungen sind, doch mal auch mit einer kritischen Stimme der EZB-Notenbankpolitik zu sprechen. Auch das gehört zur Demokratie, Meinungen anzuhören, andere Meinungen und kritische Meinungen zu ertragen und dann auch wirklich drüber im Diskurs zu sprechen. Das ist Pluralismus. Und sie ist ja eine große Verteidigerin der EZB-Geldpolitik und sie redet die Inflation klein und das Gelddrucken findet sie super und damit würde man ja Arbeitsplätze sichern etc. pp. Gefährliche Argumentation, wie ich finde, seit Jahren, seit wirklich seit Jahren ist sie die treueste Gesellin von Lagarde oder der EZB und damit natürlich 100% im System implementiert. Eine Wandlung oder ein Wechsel in ihrer Denke ist nicht zu erwarten und dahingehend würde die Bundesbank wahrscheinlich von Kritiker eher zum Vassallen der EZB werden, was die Bundesbank natürlich auch schon so war, aber wenigstens war da noch eine Art gewisse Diskrepanz oder Kritik zu hören und zu vernehmen manchmal, dass es dann auch in die Zeitung geschafft hat. Ja und Schnabel war ja diejenige, die uns monatelang gesagt hatte, ach komm, die Inflation ist nur temporär und jetzt haben wir den Salat, eben nicht. Kommen wir zum nächsten Kandidaten und da muss ich sagen, wenn es der wird, dann würde ich wieder Chapeau sagen an Goldman Sachs und Co. Der ehemalige Goldman Sachs Manager Jörg Cookies, der seinen hochdotierten Wutbezahlten Job bei Goldman Sachs aufgegeben hat, um altruistisch und voller Leidenschaft sich im Finanzministerium unter Olaf Scholz einzugliedern. Er hat ein SPD-Parteibuch, ist sozusagen Freund und Genosse von Olaf Scholz und verdient jetzt irgendwie 160.000 Euro, wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was er davor verdient hat und wird jetzt gehandelt als der nächste Bundesbankpräsident. Und damit wäre es mal wieder der Beweis gewesen, Goldman Sachs, die Krake, die überall ihre ehemaligen Mitarbeiter implementiert hat, egal ob Mario Draghi bei der EZB oder jetzt sogar als Premierminister in Italien. Kleiner Hinweis, Mario Draghi wurde weder als EZB-Präsident gewählt, noch als Premierminister in Italien. Ja, er wurde einfach eingesetzt, das wissen die wenigsten und normalerweise steht ja die EU immer für Demokratie ein, aber wenn jemand eingesetzt wird in der Eurozone und wenn es noch ein Gleichgesinnte ist von Goldman Sachs, dann ist alles okay. Ja, und Jörg Kukis hat natürlich brilliert während der Wirecard-Affäre, kleiner Scherz am Rante, nein, natürlich nicht, war da auch involviert, weil alle Fäden bei ihm zusammengekommen sind und bis heute noch im Amt und auch Olaf Scholz hat alles von sich abgewiesen, hat er kein aktives Gedächtnis mehr wegen Cum-Ex und Wirecard sowieso nicht. Dahingehend natürlich auch er prädestiniert für die Bundesbank und eher wahrscheinlich kein Kritiker des ewigen Gelddruckens. Und zu guter Letzt dieser Herr. Also Zusammenbruch vor allen Dingen ausgelöst im Euro-Raum, ist da für Sie irgendetwas nachvollziehbar an der Argumentation? Nein, das ist eigentlich zu... Ja gut, Sie waren immer bei der EZB beschäftigt, Sie können nichts anderes sagen. Ich bin monetärer Ökonom, ich habe viel mehr die Krisen angeschaut. Es gibt eigentlich überhaupt keine wissenschaftliche Basis für Ihre Argumente. Ah, okay. Der Chef des DIW, Marcel Fratscher, mein Buddy. Ja, wir haben uns schon oft gesehen und köstlich gestritten. Auch er hat gesagt, die Inflation ist nur temporär, um dann kurz später zu sagen, ja, jetzt haben wir grüne Inflation und die ist ja klasse, die brauchen wir ja. Er war schon bei der EZB und jetzt die Bundesbank, das wäre natürlich sein Traum, dafür hat er sich ja immer beworben. Jede Rede, jeder Artikel, jedes Interview war immer eine indirekte Bewerbung als EZB-Präsident oder Bundesbank-Präsident. Und ganz glorreich natürlich, er ist klarkör der SPD, er ist SPD-nah und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass die neue Regierung um Scholz sich natürlich für ihn erwärmen könnte. Also, wer von diesen vier Herrschaften wird es? Alle sind prädestiniert, alle sind Systemlinge, alle werden nicht groß in die Parade fahren. Wird die Politik tatsächlich den Mut haben, jemanden ganz anderen auszuwählen, ohne Parteibuch und vielleicht sogar wirklich einen Kritiker der EZB? Ich mag es bezweifeln, aber wir werden es sehen. Eigentlich bräuchten wir jetzt an der Spitze der Bundesbank eine Persönlichkeit mit Rückgrat, die wirklich jeden Tag unermüdlich den Finger in die Wunde steckt und zeigt, was hier im System falsch läuft, die das Geldsystem kritisiert, die die Notenbank kritisiert, die Lagarde kritisiert, die wir... Hm. Ich weiß, was ihr denkt. Ich hab's auch grad gedacht. Soll ich das machen? Ich würde eine Währung einführen, die würde D-Mark heißen mit C. Fakt ist, das würde nicht nur Deutschland guttun, sondern sogar ganz Europa guttun. er müsste im Sinne der Menschen handeln, die jetzt momentan schleichend enteignet werden, die jetzt sogar radikal enteignet werden. Weil ansonsten wird das Ganze in einem großen Desaster enden. Die Folgen sind immer die gleichen, nämlich soziale Unruhen, Ungerechtigkeit, Ungleichheit und damit natürlich auch Unzufriedenheit und der Nährboden für Bürgerkrieg oder Schlimmeres. Egal, wer es wird von diesen Vieren oder auch jemand ganz anderes, der Weg der EZB in den Untergang ist weiter da, der Euro wird scheitern, es wird weiter Geld gedrückt. Warum? Weil man sich mit der EZB-Notenbankpolitik in eine Sackgasse manövriert hat und nie wieder die Zinsen erhöhen kann, außer mit dem digitalen Geldsystem. Deswegen wird der digitale Euro so vorangetrieben, weil ansonsten würden die Zombie-Staaten oder auch die Zombie-Firmen alle reihenweise umkippen und das möchte keiner in seinem Lebenslauf stehen haben. Dahingehend leider, egal, wer es wird und egal, auch wenn es ein Kritiker werden würde und er die EZB-Politik dann kritisieren würde, alles Schall und Rauch, es sind nur Worte, es können keine Taten folgen. Die Bundesbank hat eigentlich ihre Seele verkauft an das Böse und jetzt wird die Währung inflationiert, der Wohlstand umverteilt und deswegen stehen wir für den größten Vermögenstransfer der Geschichte, wo ihr euch vorbereiten müsst. Euch muss klar sein, wenn ihr Geld auf dem Konto habt, nehmt es runter, die Inflation knabbert an eurer Kaufkraft. Ihr müsst jetzt durch die Natur, durch die Mathematik limitierte Werte investieren. Uranaktien, Zinkaktien, Rohstoffaktien, Gold, Silber, Bitcoin, Diamanten, egal wie groß und klein euer Geldbeutel ist, ihr müsst aktiv werden. Ja, dass ihr wirklich jetzt das Geld aus dem, ja, Geldkreislauf zieht, aus dem Bankenkreislauf zieht, natürlich auch aus der Sichtbarkeit der Politik und schützt, weil die Frage ist jetzt, welches der Investments ist das schnellste Pferd im Stall. Betongold meiner Ansicht nach nicht mehr, Papierwährungen oder Papiergeld auch nicht mehr und deswegen in Sachwerte investieren. Und ich bin davon leider überzeugt, dass der Niedergang der Bundesbank weitergeht und wir müssten eigentlich ganz tief einsetzen, nämlich die Wurzel des Problems bearbeiten und das ist unser falsch gestricktes Geldsystem, das Schiraggeldsystem, dass Banken aus dem Nichts Geld schöpfen können. Dieses Fiat-Betrugssystem ist Schuld an den ständigen Spekulationsblasen und dafür, dass wir schleichend enteignet werden. Fix the money, fix the world. Das ist das Credo und deswegen ist Bitcoin so gigantisch, so wichtig als einzige Lösung, die wir momentan im System haben und deswegen wird es auch so stark angeschossen und angegriffen. Und auch eine Bundesbank kann das Fiat-Betrugssystem alleine nicht stoppen. Wir brauchen ein neues Geldsystem global und leider ist zu befürchten, dass es erst schlimmer werden muss, bevor es besser wird. Wie so oft im Leben. Deswegen kommt erst der größte Crash aller Zeiten und dann die größte Chance aller Zeiten und darauf müsst ihr euch jetzt schon vorbereiten und die Weichen stellen. Mein Vorschlag war ja schon im Buch, dass die Bundesbank nicht nur Gold als Gegengewicht, als Lebensversicherung für die Kaufkraft im Portfolio haben sollte, sondern auch Bitcoin. Und die erste Notenbank, die Bitcoin in die Bilanz mit aufnimmt, wird das Rennen gewinnen und dann wäre Deutschland wieder richtig sexy, dann wäre Deutschland wieder Trendsetter, wieder souverän, wieder eine Reputation und Made in Germany wäre wieder Trendsetter und wäre eine Vorbildfunktion für andere Notenbanken weltweit und diese Chance sollte man nutzen, aber leider natürlich mit diesen Protagonisten aus diesem Schrottwichteln-Wettbewerb werden wir natürlich kein Pott gewinnen und die werden nicht den Mut haben, neue Wege zu beschreiten. Erst wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen, dann werden sie bereit sein, neue Wege zu beschreiten, aber das wird noch viel Wohlstand kosten und noch lange, lange leider dauern. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wie fandet ihr das Video? Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben und kräftig teilen. Was glaubt ihr, wer wird Nachfolger von Jens Weidmann? Einer der vier vorgestellten Kandidaten? Glaubt ihr, ist es danach besser? Wie lange wird das ganze System noch funktionieren? Seid ihr vorbereitet auf dieses weitere inflationäre Szenario? Habt ihr euer Geld schon umgeschichtet? All das würde ich gerne lesen in den Kommentaren. Wenn ihr noch kein Abo habt, ist jetzt Zeit zu abonnieren. Übrigens, jetzt ist auch unser neuer Newsletter raus. Wenn ihr noch kein Abo habt von unserem Newsletter, der kostenfrei ist und der Finanze der Intelligenz direkt in euer Postfach bringt, dann meldet euch bitte hier an. Und Telegram, auch ganz wichtig, auch da sind immer wieder neueste Informationen rund um Geld, Finanzen, Bitcoin, manchmal auch Corona. Könnt ihr euch auch gerne unten im Video anschauen und euch kostenlos anmelden. Mich würde es freuen. Diese Videos gibt es auch als Podcast für denjenigen, der jetzt nicht Zeit hat, irgendwie die Videos anzuschauen und die tollen Grafiken zu sehen oder mich zu sehen, wobei schwamm drüber, mich will ja keiner sehen. Aber aufs Ohr sozusagen, direkt Finanziellintelligenz. Könnt ihr auf Anchor, auf Spotify, überall abonnieren. Würde mich riesig freuen, auch wenn ihr es weiterempfehlt. Und damit genug der Eigenwerbung. Ich freue mich über euer Feedback, teilt das Video kräftig und denkt immer daran, trotz der Bundesbank, aber wegen Bitcoin und natürlich wegen euch und 2000 anderen Abonnenten ist die Welt da draußen besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer Marc.